Alexa, wer macht die besten YouTube-Videos? Alexa, wer ist EHAIO? Ich bin mir leider nicht sicher. Gut, Alexa, du hattest deine Chance. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ich bin mir da schon sicher, Alexa, dass du deine Chance hattest. Willkommen beim neuen Video. Ich habe beim Prime Day die Alexa bestellt. Und ich bin gerade ein bisschen wehmütig, wir schrauben die heute mal auf. Und eigentlich hoffe ich inständig, dass ich sie dabei nicht kaputt mache, denn das Teil ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt innerhalb von dieser einen Stunde schon so ein bisschen dran gewohnt. Es macht echt Laune. Es funktioniert sehr gut, die Soundcredit ist hervorragend, aber ich mache kein Review über das Teil, sondern ich mache ein Opening. Wir schauen mal rein, was drin ist. Ich glaube aber, dass man das von unten aufschrauben kann, das Ganze. Denn hier ist so ein Gummiteil drauf und ich gehe mal davon aus, dass man das abmachen kann. Es ist zwar so ein bisschen geklebt, aber nicht gut genug, als dass ich nicht reinkommen würde. Auf der Unterseite 1, 2, 3, 4 Torx-Schrauben. Die schrauben wir natürlich auf und dann hüpft uns die Platine eigentlich quasi schon entgegen. Zuerst entriegeln wir das Flachbandkabel mit einem Flachschlitzschraubendreher. Danach können wir die Lautsprecherkabel ausstecken. Hier müssen wir uns nicht merken, wo welches Kabel hinkommt, da die mit Weiß und Schwarz markiert sind. Nun entfernen wir vorsichtig den Kunststoffdeckel. Dabei müssen die Kabel durch die Öffnungen gezogen werden. Jetzt sieht man auch schon den Hochtöner. Das Kunststoffteil hat einen Konus, damit die hochfrequenten Töne in alle Richtungen schön abgestrahlt werden können. Jetzt können wir die äußere Hülle über das Gerät ziehen. Darunter kommt ein Vlies zur besseren Audio-Eigenschaft zum Vorschein. Da dies geklebt ist, ziehe ich es nicht komplett ab, sondern lasse es am Ende noch angeklebt. Ein kleines Detail am Rande des Geräts. Hier befindet sich ein RFID-Tec, wo wahrscheinlich die Seriennummer oder so vom Gerät gespeichert ist. Der Lautsprecher ist auch wieder mit vier Torx-Schrauben verschraubt, die wir jetzt entfernen. Jetzt kann man ganz einfach den Hochtöner und den Bass-Lautsprecher nach oben abziehen. Alexas Herz befindet sich auf der Seite des Gehäuses. Wir entfernen wieder das Flachbandkabel. Die Platine ist mit vier Schrauben verschraubt, die wir jetzt öffnen. Ein weiteres Flachbandkabel führt zur Platine, die sich im Deckel befindet. Auch hier öffnen wir wieder die Verriegelung. Nachdem wir das untere Flachbandkabel entfernt haben, können wir die Platine hinten ein wenig aufheben und nach unten abziehen. Jetzt endlich mal zum spannenden Teil. Was befindet sich auf der Herzplatine von Alexa? Grob gesagt befindet sich hier unten WLAN und Bluetooth. Das erkennt man auch an den Antennen links und rechts. Links oben befindet sich der Prozessor plus RAM plus Flash. Und der unscheinbare Chip hier rechts ist der PMIC, der Power Management IC für den Prozessor. Das Funkmodul von Qualcomm, das QCA6234X, kann Dual-WLAN und Bluetooth 4.0. Ich verlinke im Übrigen die Datenblätter bzw. Links zu den Artikeln, Chips, ICs unten in der Videobeschreibung. Hier sieht man noch zwei große Bilder von den Antennen, die am Modul angeschlossen sind. Es handelt sich um Antennen, die komplett in Leiterbahnen ausgeführt sind. Man kann auch noch zwei UFL-Stecker erkennen, wahrscheinlich für Debugzwecke und Anpassungsnetzwerke, damit die Antenne auch passend an die 50 Ohm des Qualcomm-Chips angepasst ist. Das Herz von Alexa ist ein DSP von Texas Instruments, nämlich der DM3725, ein ARM Cortex-A8-Prozessor mit 800 MHz. Hier sitzt ein KLM 4G1FEPD, ein 4 GB eMMC-Flash-Speicher. Etwas schwieriger zu finden der DDR-SD-RAM der Firma Micron, ein MT46 bla bla mit 2 GB. Die Rückseite ist sehr unspektakulär und enthält nur ein paar Ablock-Kondensatoren und Testpunkte. Der Deckel mit dem drehbaren Ring ist mit nur einer Schraube befestigt. Dieses Gehäuse wird von vier sehr kleinen Torx gehalten. Das ist so der Moment, in dem ich mir ein iFixit-Set wünschen würde. Nun offenbart sich uns die Zahnradkonstruktion für den Ring und die restliche Elektronik. Hier befindet sich also die Besonderheit des Echo, die vielen Mikrofone, die dafür sorgen, dass uns Alexa überall im Raum hören kann. In Summe sind es sieben Mikrofone, die von diesen vier ADC3101 Stereo-ADCs von Texas ausgewertet werden. Die Ansteuerung der zwölf RGB-LEDs übernehmen vier LP55231 von Texas. Das sind neun Kanal-RGB-Treiberchips. Der kleine unscheinbare Chip unten ist ein 7474, ein Typ-D-Flipflop, welches wahrscheinlich den Inkrementalgeber auswertet. Auf der anderen Seite befinden sich nur noch die zwei Tasten, einmal die Aktionstaste und einmal die Stummschalttaste. Im Sockel von Echo ist die Netzteil- und Audioplatine versteckt. Die Stromversorgung wird von einem DC-DC-Wandler, dem TPS53312, von Texas sichergestellt. Den Chip in der Mitte kennen wir, das ist der RGB-Treiber von der Deckelplatine. Auf der Rückseite versteckt sich der TPA3110, ein 15-Watt-Class-D-Audio-Verstärker von Texas. Ansonsten findet man hier nur unspektakuläre Bauteile und Testpunkte. Positiv anzumerken sind die zwei Schrauben, mit denen der Hohlstecker für die Stromversorgung befestigt ist. Alexa, geht es dir gut? Mir geht es gut. Hoffentlich dir auch. Ja Leute, hat funktioniert. Wie ihr seht, Alexa funktioniert wieder. Ich habe es aufgeschraubt und wieder zugeschraubt. Ich dachte mir nicht, dass ich das Teil jemals wieder zugeschraubt kriege. Falls ihr das selber mal auf- und zuschrauben wollt, dann passt bitte auf, dass ihr das nicht zu oft macht. Diese Flachbandkabel bzw. die Stecker für die Flachbandkabel, die sind nicht für viele Steckzyklen gedacht. Also eigentlich steckt man die einmal ein und dann nie wieder aus. Und ich glaube, die Datenblätter geben immer so 5-10 Steckzyklen an. Also macht das, wenn ihr es aufschraubt, nicht zu oft bitte. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, das Übliche. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Alexa, beende das Video.